heilig und das sind sie wieder nicht verändern der fahrschule und gibt es nur ein so ich muss einer von den beiden hat auf jeden Fall Sander und Samo unter anderem damit auf mich jetzt nicht was hat er der hier hatten Sonder Okay, dann stehe das. So, quick break. Eckhans. Eckhans. Ich habe auch gerade gegen den. Leute, das stellt hier eine Konfusion aus. So. Zenslash. Okay, weg. Okay. Hm. So. 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 als drittes habt ihr ein ein Abo-Karte ja, 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 man schaut tot äh, ja, die Tür geht alleine auf hast du den schon fertig? ja, jetzt zum Punkt noch zentereben und macht dann Giovanni noch was hat der noch mal als erstes? Giovanni? ich glaube der hat einen Rihorn, einen Kangama und einen Nidoran ach so, ok ja, genau, weil sie es jetzt haben so über 5 secret power wie das hier rumlegt konstante 3 frames wie oft ich ihn jetzt schon gehört hab stimmt einfach von so vielen Leuten der ist nicht mehr witzig der ist auch nicht mehr witzig der ist auch nicht mehr witzig der ist auch nicht mehr witzig da ist auch nicht mehr witzig ich glaubte nur ich hab mir gebraucht und fertig die Chance zu gehen und das habe ich nicht gesagt und die Zuschauer er und ich kann 0 so dass wir uns mehr werden so Obo immerhin zu uns nicht meine Köln von Darmstadt er hat sich ein typisches Leben der Prozent Kankama noch mal was ein Typ ist Kankama ich glaube noch mal ok, ist down oh nein viel XP wartsst du draußen auf mich? ja ok, hab gewonnen naja ja, eigentlich will ich viele Leute hier stehen und nur ein Giovanni naja, komm so 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 okay immer schön harter Puls so 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 wir machen jetzt erst ok und dann diesen großen Tour äh, das große Gebäude da, weißt du? dann den Geisterturm doch der hat hier Silvco liegen lassen hat der liegen lassen? ja ich hab Silvco warte mal muss nochmal dahin ja, scheiße lol haha, fuck tja, ne, nicht einfach mal wegdrücken haha ja, dann würde ich sagen, erstmal den Geisterturm jetzt ok und dann mach ich mir nicht auf den Weg und vor mein nächstes Profi hmm uuuh du kannst auch schon mal dein nächstes wahrscheinlich können wir erst dann zeitlecht trainieren dann lass das aber nicht aufnehmen das tue ich wollen wir unseren unserer großen Community der nicht antun ja schon haha ja ich bin nett ah 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 so ja jetzt Richtung Geisterturm warte, warte, warte warte ok so, du da hab ich sie eingesammelt wenn ich jetzt glücklich oh nein na doch puf ich dachte schon 眉 bist du schon losgegangen? ne ja ok aber du holst mich eher in los werfahrt warte auf mich Come kommst du nicht aus dem Weg ich muss auch bis zum überleben braucht es in meinen Hosen Schokurier. Ja. Du wartest nicht. Na, warum? Ach, fuck. Warum ich die auch immer voll brauchen? Eben, Bart. Ich hab auch den Bart. Ich hab auch den Bart. Fuck. Ich hab noch kein Problem angegriffen. Ich wurde angegriffen. Ich hab noch zu denen, sie haben zu tun. Blöw ich für die hier sind. Nein. Oh. 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 ich halte ein bisschen ein bisschen wer wird schon geben weiten von mir wenn ich jetzt auf dem schritt was kann es geben muss man das jetzt eigentlich töten das knogger kann man flüchten oder wie oder man kann es auch fangen glaube ich ne fangen kann man es nicht lass einfach flüchten wenn das nicht geht ich kann schon wieder nicht hin kommen oder flüchten mann oder wollen es töten ich würde sie gerne töten ja ok dann töten wir es so ein Level 30er darf man sich nicht zu viel haben gehen lassen ich hab gesagt ich habe mir keine bokehren was ist gesagt haben mich gleich keine bokehren ging der flug wieder los ich fand's gut Scheißvieh Scheißvieh Kuckuck, schau, kratz dich ab, kratz dich abhentern Jawoll Jetzt eben noch hier die drei Lutscher So Schockwave So So Ja Oh mein Gott, warum lebt der mich? Ja Oh Gott Wie viel EP das Skolbrack gibt Vier? Ja Fast 1000 Ja Kritikeriert Ja Oder 9 und 15 Ja 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 es gibt es nicht ein jetzt die einen Prozent kurz vor der Liga kann man die Besserung brauchen oder wenn ich das bleibt was ist gesagt für dich aus der Gruppe und vor er wenn ich habe mir was zu trainieren wenn wir sind ein dreißig alle bis auf Glück zu werden er kann für die Sankt nübs 30 oder? Ja. Oh, ein Dragosso, das muss ich fangen. Hab ich auch, ja, ja. Oh, jetzt musst du close. Wenn es jetzt nicht gefangen wird, hab ich pech. Doch, ich hab's. Ich hatte nur noch einen Ball. Ja. Der wollte hier gar nicht kämpfen. Oh. Und? Ja. Mega Punch. Ey, es ist eigentlich so dein bestes Pokémon, ich muss mir zu sagen. Momentan mein Schlechtes ist es auf jeden Fall Odrigaria. Ja. Ich würde sagen, meins ist Sander. Schlechtes ist es? Mein Stärkstes, würde ich sagen. Naja. Ich würde schon wieder zu sagen. Ja, aber. Bei mir ist der Glutex oder Psyanah. Ne, vielleicht Pikachu, weil der ist gerade jedes einzelne Pokémon mit einem Schlafe-Couch. Pikachu. Ich kriege das mal rein. Hab keiner gesehen. Mit dieser Aussage heißt es doch schon, das stimmt. Keiner gesehen. Okay. Das war so göttlich, dieser Moment. Da wird es fast geworden. Aber nur fast. Wie glück kann man gar nicht haben. Wieso nicht. Haben wir jetzt Bruggefühl schon bekommen oder müssen wir noch einen quatschen? Wollen wir noch anspa- ... ich spro- ... quatschen. Jaja, komm. Wir machen nach, Lena. Fall, oder? Was? Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, dass wir einen Cut machen. Okay. Und dann mit dem neuen Pokémon uns wieder melden. Schon auf dem gewissen Level. Ah, okay. Ja, dann tschau Leute. Marvin sagt tschau. Tschau!